Zwei Stunden nach Sonnenaufgang lässt Amaterasu erstmalig ihr Gesicht erblicken hinter dichten Schleiern in der Trauer um das nicht aufhörende Erdbeben in der Türkei. Auch Darkness friert ein wenig bei 4 Grad Celsius. Mit kühlem Wind von Norden fühlt sich das deutlich kälter an. Die Wassertemperatur ist auf 16 Grad gefallen. Die Wassertemperatur ist auf 16 Grad Celsius.